Er war einer der großen Politiker unserer Stadt und hat in seinem Wirken im Rahmen des Sportvereins Schwächert das Geschehen wesentlich beeinflusst. Wir bringen zum Ableben von Altstadtrat Heinz Webersdorfer einen Nachruf. Heinz Webersdorfer prägte seit 1991 bis 2005 die Geschicke der Stadtgemeinde Schwächert. Er war in seinem Engagement um den Sport wohl bekannt. Er war auch Präsident des SVS und er hat sich massiv eingesetzt für Personalfragen, für sportliche Fragen und generell für die Stadtgemeinde Schwächert. Er war auch in seiner Zeit von 1991 bis 2005 Stadtrat und hat hier auch die Geschicke des Sportes geleitet. Heinz Webersdorfer hat auch gemeinsam mit mir sehr viel auch für den Sport unternommen und getan und auch den Sport in Schwächert für die Zukunft vorbereitet. Wir werden ein immerwährendes Gedenken an ihn haben. Wir werden ein immerwährendes Gedenken an ihn haben.